Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist unglaublich viel unterwegs Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen Er kann den Kopfball nicht platzieren, die Chance ist vertan Gentner Kruse ist es mit dem Ball Trimmel Das könnte die Chance werden Die Hereingabe jetzt ins Zentrum Und jetzt ist der Ball geklärt Den Ball gibt er erstmal nicht her Klärt den Seiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt Den Ball wirft er gleich zum Gegner Tschupo Moting Richtig gutes Passspiel da von Bayern München Superparade, klasse gehalten Ecke kommt in die Mitte Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie Dann kommt der Treffer nochmal Erst die Ecke Und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen Danke an die Regie dafür War so zu erwarten Der FC Bayern führt Jetzt Kuse Er passt ihn auf den Flügel Grischa Prömel Kuse ist es mit dem Ball Schupo Moting Ball schon wieder weg Gut gemacht Trimmel Robert Andrich Da erobert er den Ball Und Müller Die Bayern im Vorwärtsgang Lange Flanke Der Reingabe kam gut Aber der Ball ist erstmal weg Ball gewinnen Hätte gefährlich werden können Schoss zum Konter jetzt Gute Aktion Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen Ball ist weg Einwurf landet beim Gegner Schöner Pass Er kann es machen Der Abwehrspieler hat den Ball Klasse geblockt Klar, das gibt hier Einwurf Kimmich Die Gelegenheit Tor für Bayern München Und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung Ja, nochmal die Wiederholung Ein super Tor Der ist natürlich, wenn er da unten An die Kante der Latte geht nicht zu halten Spielstand 2-0 Im Moment läuft es natürlich für sie Robin Knoche Es gibt ein Wurf für den FC Bayern Komm an Tschupo Moting Eine Minute gibt es oben drauf Guter Pass Super gemacht Mit einem Hechtsprung Kommt er an den Ball Das war gefährlich Er ist zur Stelle ein Klassiker Der Ball kommt rein Guter Einsatz Ball ist erst mal wieder weg Lucas Hernandez Der geht an die Latte Und zurück ins Feld Gute erste Hälfte Sie liegen mit 2-0 in Front Und nach der Pause Müssen sie einfach so weitermachen Kein überzeugendes Spiel heute Von Max Bruse Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen Es kann weitergehen Anpfiff zur 2. Hälfte Max Kruse Gendner Thomas Müller jetzt Da ist Alaba Tschupo Moting Jetzt die Bayern im Angriff Friedrich Jetzt Kruse am Ball Trimmel Trimmel Christian Gendner Max Kruse Geht dazwischen und hat den Ball Thomas Müller Komm an ist das jetzt Komm an Jetzt können sie den Ball reinbringen Wichtiger Befreiungsschlag Schöne Aktion Super wie sie da Druck machen Da ist der Ballbesitz Auf außen ist Platz Thomas Müller jetzt Kingsley Coran Ah da lässt er die klasse Chance liegen Aus kürzester Entfernung Ich weiß klingt immer doof Aber den muss er machen Den muss er machen Jetzt Müller Tschupo Moting Kimmich Und jetzt Müller Die Flanke geht in Richtung Tschupo Moting Ja klasse Ball erstmal weg Kimmich Thomas Müller Kein guter Schuss Der geht weit vorbei Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren Robert Andrich Und da ist der Ball wieder weg Gute Aktion Da ist er da Er steht gut und holt sich den Ball Trimmel Den Ball gibt er erstmal nicht her Tschupo Moting Komm an Stark gemacht Das könnte was werden Ganz stark abgeblockt Schupo Moting Jetzt Thomas Müller Er passt auf Und wirft sich in den Schuss Sieht nicht ungefährlich aus Jetzt vielleicht der Konter Er setzt sich durch Und jetzt könnte es was werden Manuel Neuer Kommt noch an den Ball Ja auch das wieder Eine unglaubliche Aktion Spielerwechsel Bei Bayern München Nicht mehr auf dem Platz Die Nummer 29 Kingsley Coman Neu auf dem Feld Die Nummer 18 Leon Goretzka Die Ecke kommt rein Keeper war dran Er faustet den Ball weg Gute Aktion Sechs Minuten sind noch zu gehen Sechs Minuten sind noch zu gehen Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance Ja er hat den Ball im eigenen Sechzehner Ganz stark abgeblockt Müller Den Ball hält er gut Ecke jetzt Ecke jetzt Ecke kommt in die Mitte Erstmal keine Gefahr mehr Gut gelöst Früh wird er jetzt gestört Nachspielzeit ist angezeigt Es gibt noch eine Minute obendrauf Jetzt Kruse Gentner Wir hören den Schlusspfiff Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München Am Ende wird es also ein knapper Sieg Sie haben eine gute Leistung gezeigt Spielerisch Wirklich überzeugend Und auch die Nerven stemmen